Hallo, hier ist Amanda Reilly von Tourista World Travel. Amanda, John hat angerufen, es wäre wichtig, dass du heute früher zu Hause erscheinst. Sieh uns an, fünf Jahre. Der Mann will dir einen Ring an den Finger stecken. Amanda. Ja. Du verschwindest nach Ohio. Amanda Reilly lässt dich nicht einfach auf Standby schalten. Du musst raus aus der Stadt. Und deswegen schicken wir dich jetzt nach Vietnam. Ich bin Sin, ihr Tourguide. Und, was führt sie nach Vietnam? Für mein neues Ich. Ich will es erleben. Packen Sie den Reiseführer weg. Wieso? Der ist für Touristen. Ich bin eine Touristin. Nein, Sie sind eine Reisende. Ein Tourist will dem Leben entfliehen. Ein Reisender will es erfahren. Erzähl. Ist er wenigstens lecker? Wir sind erwachsene Frauen. Und wieso redest du so? Wenn man offen bleibt für neue Möglichkeiten, bietet das Leben überraschende Wege. Wir haben meine Reisepläne komplett über den Haufen geworfen. Und ich liebe es. Seinem Herzen zu folgen. Überraschung. Jetzt wird die Geschichte so richtig spannend. Du und zwei scharfe Männer im Dreiecksverhältnis. John und ich, wir beide sind uns so vertraut. Ich meine, Sin ist erst aufregend, aber was, wenn das mit Sin nur eine Urlaubsaffäre ist? Nichts, was Bestand hat. Durch diese Reise habe ich verstanden. Ich war nicht wirklich verloren. Einfach meinen Platz noch nicht gefunden. Was haben Sie sich gewünscht? Wenn ich es Ihnen sage, geht es nicht in Erfüllung. Nein. Ja.